So, was wäre, wenn du halt deine Freunde wegen einer Mahl verlieren würdest? Was wäre, ich wäre auch ein, das wäre sehr traurig sein. Ja, ich wäre halt traurig, also es wäre halt krass einfach. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen würde. Was wäre, wenn ihr Nachbar ihre Mauer mit Graffiti beschmiert? Kommt drauf an, wie das Graffiti halt aussieht. Es gibt ja auch schönes Graffiti, aber wenn es halt nicht schön aussieht, ja dann würde ich mal mit ihm reden. Das ist ja nicht cool. Was wäre, wenn Trump die Mauer zu Mexiko wirklich bauen würde? Ja, ich glaube, das wäre halt schlimm, weil Mexiko und die USA sowieso schon keinen wirklich guten Draht zueinander haben und das würde das dann noch mehr reizen. und die Anforderungen, die Trump stellt, sind ja nicht normal. Also, dass sie die selber zahlen sollen und alles, das ist ja, ich weiß nicht, also ich würde es auf jeden Fall nicht unterstützen. Ich hab, was wäre, wenn sie in einer Mauer leben würden? Also es wäre ziemlich dunkel und wahrscheinlich hätte ich auch nicht viel Platz. Das wäre schon ziemlich blöd. Also ich lebe lieber in einem Haus mit Fenstern, seitdem die Mauer hat ein Fenster, dann wäre das vielleicht schon wieder was anderes. Das war's. Amen. 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 Amen.